Moin meine Lieben, bevor es mit dem Video wieder losgeht, haben wir hier wieder von God of Cards gegönnt bekommen. Die haben jetzt auch noch ein Päckchen OCG Hüllen dazu gelegt. Hier haben wir dann zwei Päckchen, die machen wir auf, auch wieder OCG. Und natürlich haben wir hier noch sehr viele andere Packs. Also God of Cards hat wirklich wieder hier schön gegönnt. Die machen wir nacheinander auf, aber an anderen Tagen. Und wir haben hier diese wunderschönen OCG Sleeves. Die könnt ihr auch bei God of Cards bekommen, also genau dieselben. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und ihr seht, die Hüllen sind sick, die passen genau. Es sind auch original Konami Hüllen natürlich aus dem OCG. Und die sehen immer ein bisschen besser aus. Und hier hinten, so sehen die ganzen auf der Rückseite aus. Und da kann ich euch noch empfehlen, schön ein paar andere Sleeves noch zum drüberziehen. Die kriegt ihr auch bei God of Cards. Und da könnt ihr euch mal so ein Päckchen hüllen können. Also die sind wirklich edel, edel. Und ihr könnt auf die nochmal 15% sparen mit den Codes oben links. Die sind auch nochmal unten in der Beschreibung. Und da ist auch der Link. Und wir machen jetzt diese zwei wunderschönen Päckchen auf. Welche machen wir zuerst? Wir machen hier das links auf. Ja, das links und ich mache das rechte auf. So, guck mal hier schon, so ein Speedroid müsste das sein. Eine schöne Kavalle. Singende Frösche. Eine Trap. Und leider keine Erfolgkarte. Ich glaube, da hieß irgendwie sowas Katapultdrache oder sowas. Aber trotzdem auch hier sehr schöne Päckchen. Ich glaube, die sind auch schon ein bisschen älter. Die kriegt man auch nicht mehr so einfach. Da muss man auch aufpassen. Die werden auch vielleicht demnächst eingestellt, diese Päckchen. Deswegen noch schnell zuschlagen. Zuschlagen. Ja, okay. Das kriege ich so auf. Wunderschön. Und hier jetzt muss ich kurz mal rüber gucken. Passt noch alles. Wunderbar. Ziehen wir vielleicht hier was Brauchbares. Die sieht cool aus. Und das Archwork gefällt mir wirklich sehr. Hat so ein bisschen was von Pokémon. Und hier leider keine Foilkarte. Vielleicht aber das nächste Mal. Und wie gesagt, schaut gerne mal bei God of Cards vorbei, wenn ihr euch für so OCG Zeug interessiert. Oder halt auch generell für TCG. Die bieten da alles an. Und mit meinen Cards könnt ihr halt noch ein bisschen sparen. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Die Cards auch nochmal. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Turnier und mit diesem Video. Ja, Moin Hitsch. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Tournament Ruling von dem Turnier. Das Turnier wird am 24. September stattfinden. Das heißt, nächste Woche Samstag. Ich würde sagen, ihr solltet schon um 14 Uhr da sein. Und um 15 Uhr beginnt das Turnier. Ihr könnt eure Decklisten bis Freitag, also dem 23. einreichen. Wer das bis zum Samstag dann nicht hingekriegt hat, darf dann halt nicht mitspielen. Da findet man jemand Neues. Aber ihr müsst auf jeden Fall die Decklisten einreichen. Und ganz wichtig, ihr müsst im Discord dafür joinen. Einfach reingehen, Rolle nehmen. Ganz unten sind dann Turnieranmeldungen, alles mögliche. Und da könnt ihr euch dann schon mal anmelden fürs Turnier. Ganz wichtig ist, ich habe ein paar Leute, die dürfen auf jeden Fall mitspielen. Ja, weil die sich schon sehr früh dafür gemeldet haben. Oder auch generell Streamerkollegen, die gerne mitspielen möchten bei einem größeren Turnier. Die dürfen auf jeden Fall mitspielen. Den Rest mache ich random. Das hat den einfachen Grund, wir können jetzt nur 32 Leute mitnehmen, weil das sonst zu viel wird für meine Mods. Ich habe mir schon einen anderen Mod rangeholt, der ein bisschen Erfahrung hat damit. Und der hilft meinem Mod Mana da ein bisschen aus, weil es sonst zu viel wird. Es haben sich über 100 Leute gemeldet. Ich kann kein Turnier machen, was so groß ist. Dazu kommt halt, nehmt bitte Zeit mit. Es wird ungefähr 8 bis 10 Stunden dauern, das Turnier. Es ist auch ein Best of 3, das heißt, es dauert ein bisschen länger. Side-Deck dauert länger. Wir haben zwar eine Zeit-Rule, aber es wird natürlich dauern. Deswegen, wenn ihr die Zeit nicht habt, nehmt bitte nicht teil. Weil, wenn jemand einfach rausdroppt, weil er keine Lust mehr hat, wird er permanent aus Turnieren gesperrt. So werde ich das handhaben, weil ich keinen Bock habe, dass wenn jemand öfters verliert, dass er dann sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus. Ja, das möchte ich auf jeden Fall nicht. Ihr braucht halt ein Side-Deck dafür, ganz wichtig. Ein Side-Deck ist einfach sowas, wenn ihr zum Beispiel das erste Match gespielt habt, ihr seid dann Going Second, dass ihr dann was habt, wo ihr Karten rausseiten könnt. Zum Beispiel Fallenkarten macht ihr dann raus und macht dann bessere Going Second Karten rein. Wenn ihr das nicht versteht, könnt ihr nochmal Mana fragen. Ihr müsst auf jeden Fall eure Decklisten posten, euer Side-Deck posten und euer Extra-Deck posten. Sollte irgendwas da nicht stimmen, ihr spielt irgendwas anderes, außer von den Bildern, die ihr geschickt habt, seid ihr sofort disqualifiziert und dürft nicht mehr weiterspielen. Ja, wir machen das mit sehr strengen Regeln, weil das sonst alles zu anstrengend wird für uns. Auch hier mit Verbindungsproblemen ist das nicht so einfach. Wenn ihr Verbindungsprobleme habt, spielt bitte nicht mit, wenn ihr keine stabile Leitung habt. Ansonsten müssen wir ein Game-Loss für euch beantragen. So, habe ich jetzt alles gesagt und auf jeden Fall nochmal danke für den Support. Wir haben mittlerweile 1000 Abonnenten erreicht. Ihr habt mir auch schon gratuliert dafür. Ohne euch hätte ich das nie erreicht. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen ins Tournament Ruling rein. Oder? Gehen wir schon rein? Auf jeden Fall auf den Discord anmelden. Könnt ihr jetzt schon reingehen und schreiben, dass ihr teilnehmen wollt. Wichtig, Decklisten müsst ihr noch nicht schicken. Ich muss erst nochmal mit Mana ein bisschen was absprechen. Auf jeden Fall, der sagt dann, wo ihr die Decklisten hinschicken sollt. Vielleicht im Privat oder sowas, damit die anderen das nicht sehen. Ja, so, jetzt gehen wir rein. Spielerzahl sind 32 Stück. Ich denke, das ist erstmal okay fürs erste Turnier. Vielleicht kommen auch gar nicht so viele. Müssen wir auch erstmal schauen. Es ist ein Best-of-3 mit Side-Deck natürlich. Die Deckliste muss mit Main, Extra und Side-Deck eingesendet werden. Denn, ja, so wie ich eben schon gesagt habe, das Side-Deck darf nicht mehr als 15 Karten enthalten. Nach jedem Game haben beide Spieler drei Minuten Zeit, ihr Deck über das Side-Deck anzupassen. Das heißt, ihr habt dann die 15 Karten und könnt dann aus eurem Main-Deck rausmachen, was ihr wollt. Und könnt dann mit diesen 15 Karten, also eurem Side-Deck, die Karten austauschen. Ist halt besser, wenn man Going Second geht, kann man die ganzen Fallen rausmachen. Und wenn man Going First geht, kann man sie wieder reinmachen. Wichtig ist dabei, aber ihr müsst die Liste dann wieder ändern, wenn ihr ins nächste Match geht. Nach der Einsendung der Deckliste muss der Spieler genau diese Karten spielen. Habe ich ja eben schon gesagt, das wird stichprobenartig überprüft. Bei einem Regelverstoß scheidet der Spieler aus, dem Turnier aus. Habe ich ja auch schon gesagt, Mana wird dann zwischen die Tische springen. Vielleicht Star auch, guckt sich das dann an. Also Star ist der andere Mod. Also die sind dann quasi die Judges und gucken sich das an, ob ihr auch regelkonform spielt. Sollte die Deckliste nicht rechtzeitig eingeschickt worden sein, kann der Spieler nicht am Turnier teilnehmen. Ist denke ich logisch, wir müssen das ja auch überprüfen. Es wird nach der aktuellen verboten und limitierten Liste aus Master Duel gespielt. Ja, wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Wir spielen einfach so wie im Ranked. Das macht am meisten Sinn. Wir machen da keine Sonderregelung oder sowas. Ich finde, es sollten keine Stalled Boyen-Decks gespielt werden. Da überlege ich mir dann noch, ob die gespielt werden dürfen oder nicht. Mana hat es jetzt nicht mit reingenommen. Ein Match, Best of Three, hat ein Zeitlimit von 60 Minuten. Also ihr habt 60 Minuten Zeit. Wer dann die meisten Lebenspunkte hat, hat gewonnen, wenn die Zeit abgelaufen ist. So wird es gehandhabt, damit sich das einfach nicht über, keine Ahnung, drei Wochen zieht, das Turnier. Es wird einen globalen Timer geben. Den hat der Mana schon eingerichtet. Der überprüft das alles. Alle Spieler sind angehalten, darauf zu achten, nicht früher anzufangen. Also entweder sagt der Mana Bescheid oder ich sage Bescheid, wann es anfängt. Weil er muss ja den Timer starten, also wahrscheinlich eher er. Sind die 60 Minuten abgelaufen, wird ein Judge oder Turnierleitung durch die Table springen und die Time callen und nach der aktuellen LP-Stand fragen. Ja, lesen ist jetzt nicht so meine Stärke, aber ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Ja, der fragt dann, wie viele Lebenspunkte ihr noch habt oder guckt sich das noch an und dann wird er entscheiden, wer dann gewonnen hat und wer nicht. Die Effekte dürfen bis zum nächsten offenen Game State ausgeführt werden, dann muss der LP-Stand genannt werden. Also das sollte, denke ich, klar sein. Bei Gleichstand wird ein Draw ausgesprochen. Sollte ein Spieler sich fünf Minuten verspäten, verliert er das erste Game. Nach zehn Minuten hat er das Match verloren. Also ihr solltet schon pünktlich sein. Darauf lege ich eh großen Wert, dass man pünktlich ist. Ähm, deswegen, ja, macht Sinn. Nur der Gewinner reportet sein Match wie folgt. Table Nummer, Spielernahme, Stand zum Beispiel Table 16, Mana, Win 2-0. Ja, dann haben wir nicht so ein großes Durcheinander, wenn nur der Gewinner Bescheid sagt, okay, ich habe gewonnen. So, bei einem Draw müssen beide Spieler reporten, zum Beispiel Table 16, Mana, Draw 1-1. Sollte ein Spieler aus irgendwelchen Gründen nicht mehr teilnehmen können, muss er dies im Drop-Channel angeben. Wie folgt, Table Nummer, Spielernahme, Drop zum Beispiel, Table 16, Mana, Drop. Ja, also ihr müsst euch dann, wenn ihr schon rausgeht, weil ihr keine Lust mehr habt oder plötzlich weg musst. Aber, ja, sagt da bitte Bescheid. Ihr dürft dann aber trotzdem nicht mehr an weiteren Turnieren teilnehmen. Wenn irgendwer, wenn ihr sagt, ah, nee, ich muss meine Schwester abholen vom Bahnhof, seid ihr trotzdem raus und dürft nicht mehr teilnehmen. Ihr wusstet, dass der Termin ist. Ja, denke ich, muss ich dazu nichts mehr sagen. Dann haben wir hier Anmeldung. Spieler müssen bis zum Stichzeitpunkt eine Deckliste einreichen. Habe ich eben auch schon gesagt. Es muss ein gut erkennbares Bild sein. Screenshots, auch mit Handy geht, aber bitte macht die anständig. Wenn ich teilweise in den einen Channel gucke, was ihr da für Bilder reinschickt, ist teilweise schon grenzwertig. Ist nicht böse gemeint, aber hier sollte das schon was Ansprechbares sein. Ja, was man auch gut erkennen kann. So, dann haben wir hier ein Spieler darf nur mit einem Master Duel und einem Discord Account teilnehmen. Bei Regelverstoß wird der Spieler vom Turnier ausscheinen. Das heißt, euer Discord Account muss denselben Namen haben wie euer Master Duel Account, damit wir das auf jeden Fall besser überprüfen können. Sehr wichtig. Mit der Deckliste müssen der Spielername, die Master Duel ID und die Discord ID mitgesendet werden. Zum Beispiel Mana, dann die Master Duel ID und dann Mana mit dem Discord Namen. Spielverlauf haben wir dann hier. Es werden 5 Runden Swiss gespielt, anschließend Top 4. Der Gewinner eines Matches erhält 3 Punkte, der Verlierer 0. Bei einem Draw erhalten beide Spieler 1 Punkt. Also so werden dann Punkte gesammelt, dann hat man die Top 4 und dann wird nach Top Cut gespielt halt. Da kommt aber gleich die Erklärung. Die Top 4 Spieler aus den Pairings schreiten in den Top Cut. Der Top Cut wird in Single Elimination gespielt, das heißt Verlierer scheiden aus. Da geht es dann nicht mehr nach Punkte. Wenn du verloren hast, bist du raus. Beide Spieler finden sich anhand der Pairings auf den entsprechenden Tables auf den Discord und Master Duel ein. Spieler sind nicht verpflichtet, miteinander zu sprechen. Sie müssen nur anwesend sein, also ihr müsst nicht miteinander labern, ist denke ich auch nicht wichtig. Die Runde darf nicht vor dem Rundenbeginn begonnen werden. Also wir sagen, wann ihr anfangen dürft. Vorher wird nicht begonnen, wegen der Zeit. Es wird vor der Runde die Raum-ID in den Pairings benannt. Also auch hier sollte, denke ich, klar sein, die Spieler sind selbstständig angehalten, auf die Pairings zu achten, den Raum beizutreten und ihre Tables zu finden. Ja, wir sagen euch nicht, okay, du an den Table, du an den Table oder wie auch immer, das müsst ihr schon selber machen. Und dann hier auch die Verbindungsprobleme, die ich schon angesprochen habe. Sollte es vor einem Game, bevor die Karten gezogen wurden, zu einem Disconnect kommen, kann die Runde ohne weiteres neu gestartet werden. Das heißt, es gibt ja diesen einen Bug, wenn man reingeht ins Spiel, dass man nicht reinkommt und dann disconnected quasi von dem Game. Dann könnt ihr einen neuen Tisch aufmachen, könnt dann einfach weiter spielen. Aber wenn die Karten bereits gezogen wurden, verliert derjenige das Game mit dem Disconnect. Auch wieder sowas, ihr solltet eine Verbindung haben, die sehr gut ist. Sollte es zu mehrfachen Verbindungsproblemen kommen, muss ein Judge gerufen werden. Judge werden dann Star oder Mana. Ja, das wird dann auch nochmal bekannt gegeben, damit ihr das auch dann nochmal wisst. Aufnahmerecht, das Turnier wird auf Twitch gestreamt. Sollte klar sein, jeder Teilnehmer bestätigt mit der Teilnahme, dass seine Spiele auf Twitch zu sehen und gespeichert werden. Und auch auf YouTube, ja. Ich mache ja ein YouTube-Video darüber, deswegen, ja. Troubleshoot ist unten, wenn irgendwas passieren sollte, müssen wir dann nochmal schauen. Also hier habt ihr dann nochmal die Liste. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Wie gesagt, ich schaue dann nochmal wegen der Spielerzahl. Ich habe eine feste Anzahl Leute, die auf jeden Fall mitspielen dürfen. Den Rest muss ich halt random machen, weil wir nicht so viel Platz haben. Oder halt nicht die Möglichkeiten haben, so ein riesen Turnier zu machen, wie Decade zum Beispiel. Der hat dann ein paar mehr Leute, die das überprüfen. Aber wir sind noch recht klein, deswegen 32 ist, denke ich, eine gute Zahl. Und ich habe auch noch Preise. Für die, die bis jetzt hier fertig geguckt haben, Preise werden sein. So, der Erstplatzierte bekommt diesen dunklen Magier in Starlight Rare. Sieht man halt nicht gescheit wegen der Hülle. Bekommt diesen dunklen Magier mit drei Päckchen Hüllen. Also wir haben hier noch drei Päcks Hüllen, die darf er sich dann aussuchen. Wir haben hier sechs verschiedene. Da darf er sich dann drei Päckchen auswählen. Das ist für den Erstplatzierten auf jeden Fall der Preis. Der Zweitplatzierte kriegt so einen Ultimate Rare Erdgebundenen. Ja, sieht man nicht gescheit wegen dem Licht. Die Karten kann ich auch gerne unterschreiben. Und natürlich der Zweitplatzierte kriegt diesen Erdgebundenen, Ultimate Rare und natürlich auch hier wieder drei Päckchen Hüllen. Ja, der Drittplatzierte kriegt dann einfach nur diesen Erdgebundenen. In Koreanisch ist der. Und ja, das ist der Preis halt für den Drittplatzierten. So haben wir dann Preise für den Erstplatzierten, Zweitplatzierten und Drittplatzierten. Ich denke, das ist ganz angemessen. Der Erstplatzierte Preis wird ungefähr bei 80 Euro liegen. Der Zweite bei 20 und ich glaube der Dritte bei 5 oder sowas. Ja, ist jetzt nichts Wildes, aber so haben wir dann wenigstens für drei Platzierungen schon mal Preise. Und ihr könnt, wie gesagt, einfach dem Discord Join Rolle nehmen, unten reingehen und schon mal sagen, dass ihr teilnehmen möchtet. Und wir suchen dann, sage ich, random aus, wer mitspielen darf und wer nicht. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank dafür, für euren Support. Habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich auf jeden Fall mal so 1000 Abonnenten haben würde. Ich habe zwischenzeitlich einfach mal 50 gehabt und habe gedacht, so jung, es geht schon langsam und mittlerweile einfach 1000 Abonnenten, was insane ist. Vielen, vielen Dank dafür und nur wegen euch ist auch so ein Turnier möglich. Ich wünsche auf jeden Fall euch viel Glück in dem Turnier und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.